hmmm Nichts trifft, nichts trifft, wunderbar weil ich auf den Lefrac kack fast so toll wie die kommende Kunker ok, so ganz so scheiße, doch nicht Ist auch schon schwierig, so scheiße wie die kommende Kunker zu... och, komm schon muss doch mal irgendwas treffen hier irgend... verdammt... nein na, komm schon, die reiben mich auf Ja, das ist jetzt egal Würdest du jetzt vielleicht mal treffen? Bisschen mehr als nur ein Boah Was? Vielleicht muss das Schieß, dieses Ding, denn Die Drohne ist voll betrunken So viel Treffermöglichkeit Und was passiert? Er trifft nichts Egal, jetzt können sie mir nicht mehr gefährlich werden Das halten sie ja auch ab, das ist ja scheiße Ich brauche bald wieder ein Schraub Ich brauche mal mehr Scrap und ich brauche mehr Waffenpower Und ich brauche mehr Schilde vor allem So wirst du mal wieder schießen, danke So viel Erlegenheiten Und was treffe ich? Nichts Oder meine Leute, besser gesagt Treffen wir heute nix Weil sie inkompetent hoch 10 sind Bisschen mehr, komm schon Streng dich mal ein bisschen an Ich kann so ein großes Schiff nicht treffen Hallo? Das ist fast so groß wie der Planet Sieht man auch hier, dass es 1 zu 1 verhältnis Hey Die leveln schon gut Das ist der Gedanke dahinter, dass ich die ganze Zeit levele Ich will gar nicht wirklich treffen Könnte auch ein bisschen dauern, der Kampf Zieht sich Wie so ein Kaugummi, den ich im Straßenrand aufgesammelt habe Weil neue Kaugummis kann ich mir nicht leisten So, jetzt vielleicht Jetzt gibt es der Laser nicht mehr auf den Sack Erstmal das Maximum Toll Na komm Na wie wärs Ähm Nö Ich hab jetzt keine Lust mehr Auch wenn es wahrscheinlich nochmal ein halbes Jahr dauert Bis ich die jetzt nochmal halt genug treffe, um sie zu vernichten Aber hey, ich kann meinen Schilder noch ein bisschen leveln Ist doch auch eine schöne Sache Und ein bisschen ausweichen Wobei das ist bei denen schon ein Maximum Ja, in 1-2 Stunden Ist auch gleich Maximum Ja, das hatte ich genauso vor Wer was anderes behauptet, der lügt Ja Was ist das denn für eine Fähigkeit Und warum trete Was ist denn da auf? Vor allem könnte er wieder mal befördert werden Das fände ich richtig toll Dazu müsste wahrscheinlich auch mal was treffen Das ist natürlich wieder so eine Sache Was zu treffen So, einmal kommt Na also Jetzt bekomme ich wahrscheinlich weniger 1,19 So, auch mal die Waffenpowder Kann ich den Laser noch aktivieren Oh, das wird Das wird nichts Wir helfen dem zivilen Schiff Warum tue ich das immer wieder? Weil ich bescheuert bin Ich bin nur minimal Maximal scheiße im Kopf Okay, das Ding kann mir nichts anhaben Alles in Ordnung Ihr müsst jetzt einfach nur gemütlich abwarten Tee trinken Auch wenn ich gerade keinen Tee hier stehen habe Ich habe ja vorhin den Saft gekauft Vorspulentaste Sowas sollte man in jedes Spiel Einbauen Ich mache mal Ja komm Hat auch alles keinen Wert mehr Bringen wir uns um Habe ich schon mal getroffen? Ich glaube nicht Wie sieht es denn aus bei ihm? Zweifel 15% faster Charge 30% faster Recharge Der muss mal geheilt werden Luft braucht kein Schwein Schalt mal ab So, zurück an die Schilder Der ist voll Der ist Der ist auf dem Weg dahin Ja, wird langsam besser Er muss noch ein bisschen üben Fangen wir was einfach an Nimm diesen Atomsprengkopf Und spreng diesen Planeten damit Dann gehen wir zu feineren Dingen Zum Beispiel diese Blechdose mit einem Sprinkopf treffen Warum kann ich nicht Weißt du das Ding Die Flak Die wäre groß genug Um da einen Typen aus meiner Crew reinzustecken Aber entweder du triffst Oder wir schießen dich ab Ich finde das wäre eine angemessene Motivation Also Könnte man schon bringen Denke ich Ja, doch Doch, ich denke Das könnte man machen Weißt du was Wir nehmen mal den Burst Laser Das geht weit schon Nein, das geht nicht schneller Diese Kämpfe sind so spannend Der Wahnsinn 7 von 58 Großartig Also wenn ich du wäre Würde ich jetzt abschalten Wäre ich du Würde ich gar nicht jetzt angeschaltet Aber 8 von 58 Mhm Ich kann auch einfach springen Aber Nee Ich möchte das schon vernichten Und das Zeug abkasieren Das ich dann bekomme So Jetzt ist da eins weg Jetzt kann man mal das hier benutzen Hier geht's gut Das ist alles im rot-roten Bereich Das passt schon Das muss so Mag der ein Schild nicht Das hält so viel aus Die Musik ist so entspannt Verstehst du Du gehst halb drauf Aber die Musik ist voll entspannt Mehr wenigstens Mehr an Zeug bekommen Äh War da nicht ein Shop Nee Da war nirgends Ein Shop Waffensystemabgleich Kann ich mir nicht leisten Und wenn Dann braucht ihr auch noch mehr Energie Bin gespannt Wenn ich das hochlad Wie mir alle Leute Tipps geben Dass ich alles falsch mache Och guck Ach das sind Nee Was ist das Oh Nee Nee Ach das war so klar Ja Und mein Schild ist weg Großartig Ja wunderbar Zerliegen mich grad völlig Oh ich hab keine Raketen mehr Ähm Joa ich bin jetzt tot Würde ich sagen Doch schon so ziemlich Ja doch War ne schöne kurze Runde Ah Oh Ich darf noch ein bisschen Weiterspielen Lösche mal das Feuer hier Ähm Ich gehst kurz zurück In deinen Posten Und Du musst dich mal heilen Äh Wieso repariert sich das Ich dachte das wäre Scheiße Ich korrigiere Ich bin doch gefickt Ja doch so ziemlich Ähm Ich denke ich kann sagen Ich bin gefickt Ja die killt mir jetzt Nein die killt mir noch nicht Ähm Aber die nächste killt mich Ähm Ich denke schon Ich darf sogar noch eine Runde weiter leben Eine Runde darf ich sogar noch Ähm Weil's so schön war Darf ich nur eine Runde weiterspielen Eine noch Du bist Waffen Eine Runde darf ich noch Wie nett von dem Spiel Ich hab nicht genug Power Achso Oh das funktioniert ja nicht Ähm Perfekte Gelegenheit die Waffenenergie aufzurüsten Das ist mir das dümmste was ich jetzt tun kann Deswegen tu ich es mal So Bitte wieder alle auf Station Ähm Könne ich den Nebel umfliegen Ja kann ich Gut Jetzt kommt es nochmal richtig gut Und dann bin ich auch schon tot Ähm Oh wir kommen sogar Wenn wir denen helfen Ich sollte wirklich mal anfangen Das zu lesen Ja passt schon Mach weiter komm Store Store Lass mich zum Store Ich hab den jetzt voll nötig Ähm 58 Was kostet das 58 47 6 Die Flak verkaufe ich auf jeden Fall nicht Aber Einfach um das Archiv mitzukommen Ja ich werd's wahrscheinlich Eh nicht schaffen Aber hey Ähm Boah ich würd so gern davon was kaufen So Ähm Jetzt hab ich ne Flarakkack Und ne Flak Und da ist noch ein Shop Großartig Vielleicht fliegen wir zu dem gleich noch Mal gucken was ich hier so finde Ähm Ja ja Wenn wir Rebellionen und so Wir haben übrigens eine Rebellion am Lauf Wusstet ihr das schon Und die Türen gehen mal wieder nicht auf Ah die haben schon wieder Raketen dabei Och komm schon Wieso mich halt immer Und mal Raketen sind alle Ich muss mal den Antrieb upgraden Aber dafür hab ich gar nicht den Ressourcen Ich hasse es Müsste alles upgraden Aber hier fehlen die Ressourcen dafür Es läuft richtig gut Ich weiß Und warum ist die Performance jetzt noch beschissen Ach leck mich doch Jetzt kann ich mich in 800 FPS auf Und lad's so hoch So fertig Ne ich glaub das wird Ja Natürlich Die schießen halt nie daneben Diese Penner Ja wir akzeptieren das mal Ich hab grad andere Probleme Hilf mir das zu reparieren Du hast volle Energie Du hast volle Energie Du auch Na komm Das ist eigentlich upgraden mit dem Antrieb Den ich dann nicht betreiben kann Weil ich nicht genug Energie hab Sehr gut Hab ich echt mitgedacht Und springen wir mal dahin Da wird's wahrscheinlich nichts Sinnvolles für mich geben Aber hey Ich hab nichts mehr zum Verkauf Und die haben auch nichts Sinnvolles zum Kaufen Fick Naja ich hab's in Dingsbums eingetauscht Oh das ist eine Quest Scheiße sehe ich jetzt Das komme ich da noch rechtzeitig hin Bei meinem Glück Nein Der Handel war eh für den Arsch gewesen So also weg da Laser Ein kleines Ding Das sollte jetzt nicht so das Problem sein Sollte nicht Aber Dodge 10 Ich kann die Luft abstellen Da hab ich Dodge 15 Aber keine Luft mehr Und das als Luft Ist hier ein bisschen überbewertet Die haben auch keine Luft Oh das sind jetzt keine Menschen an Bord Oder sonstige Liebe Aber das ist ja nicht der Punkt Das ist ja nicht der Punkt Ne Warum ist die Verform so kacke Ich verstehe es nicht Ich verstehe es nicht Ich will nicht jumpen Ich will was da nicht Ne Ich möchte jetzt in kleine Stücke reiben Bei einer Käse reiben So kann ich keine Käse reiben Bei meinem Schiff anbringen Äh Warum repariert das Ding So unfair Mach ich doch auch nicht Warum hab ich sowas nicht Ich sollte auch sowas haben Sollte ich wirklich Das wäre schon toll Einmal fett alles müssen Ich baue dringend noch irgendeine brauchbare Waffe Dringend Vielleicht noch ein Quest Ne wahrscheinlich nicht So geht doch Wir bekommen ein bisschen Zeug Und Bigby Was kann denn Bigby Nichts Gut Kommt an die Tür An die Tür mit dir Teleporting Bomb Jetzt ist die Stor Ist natürlich wieder wo an Die Form ist jetzt echt unterirdisch Ähm Hier ist nix Gut Gehen wir weiter Ich sollte das wirklich lesen Aber darum geht es nicht Ähm Nein Ich denke nicht Dass wir das akzeptieren Die haben nur Lasers Ein Lasser haben die Ein Lasser Nein Moment Das ist falsch Oh Das darf dreimal schießen Finde ich jetzt nicht so gut Okay Damit wird das Problem Schon mal so ein bisschen Reduziert Das wäre mir lieber Wenn das andere Ding Kaputt wäre In dem Sinne hier Hat immer 85 Die Form ist echt unterirdisch Ich verstehe halt nicht warum Ja aktiviere die rechte Waffe Ist das die richtige Waffe Hast du schon recht Die kann ich mich nur einmal schießen Da kommst du nie durch Mein Schild durch So ich brauchte aber noch Ein drittes Schild Und endlich mal eine vernünftige Waffe Ich werde sie nicht durchgekommen Egal die wichtige Waffe ist online Und den Rest ballere ich einfach so weg Vielleicht Wäre gut wenn ich das hinbegucken würde Ja Jetzt können sie weniger gut ausweichen Oder gar nicht mehr ausweichen Da drüben Da habe ich mein Saft hingestellt Ich frage mich schon Er werde ich 30% Ja Ne was Das soll die jetzt nicht tun Finde ich jetzt nicht gut Dass ihr das tut Ja der Gov Die würden ein besseres Angebot Mehr machen Das ich dann annehmen könnte Aber meine Flak Lädt viel zu langsam auf Als dass ich schießen könnte Nochmal bevor die Ja jetzt kriege ich gar nichts Oh das ist ein Shop Ah gut Soll der Schneeball passen Ne Long-Rain-Scanner Das wäre ganz nett Habt die 95 Die Kohle hier nehmen Schutzball Charge 4 Das macht Schutzball Charge 7 Aber das trifft halt auch Wie scheiße Kann ich nicht anschreiben lassen Ich komme später garantiert wieder Wir kaufen mal das hier ein Und dann Fixen wir noch ein bisschen was Und tanken nochmal Und dann muss ich bei nächster Gelegenheit Mal Meine Lebensenergie ausstocken Weil aktuell Das ist nix Hey kein Nebel Finde ich schon mal gut Dann sehe ich wenigstens wo ich hinfliege Oh Gott Drei Schilde Gut dass ich das Ding gekauft habe Das schießt nämlich fünfmal Auch wenn es ewig dauert Das zu laden Aber der Feind hat Ist das ein Doppelter Oder ein Dreifach Ein Doppelter Ach ja Natürlich Was heißt der Resist Soll nicht resisten Passiert bei mir auch nicht Ja jetzt bin ich gleich wieder tot Fick dich Du Kacktrickspiel Egal ich komme durch die Schilde Schon mal durch Das ist schon mal viel wert Okay jetzt kann ich Jetzt habe ich gerade gar kein Evade Ja null Kann ich erstmal aufwenden Zu resisten Mach doch mein Schiff auch nicht Tschau 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 Tschau